Unsere App besteht aus einer Android WebView, mit der wir mit JavaScript Interfaces auf unseren auf AWS gehosteten TV-App zugreifen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass wir mit einer HTML5-App sehr kosteneffizient und zeiteffizient eine App auf Fire TV bringen können. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass wir die App an sich auf Servern gehostet haben und so Updates für die App relativ zeitnah zu den Kunden bringen können. Die Anpassung war sehr einfach, da die Fire TV auf HTML5-Standards setzt, also vom W3C-Standards, und das sehr unkompliziert ist. Es war wirklich sehr sehr angenehm und sehr schnell für Fire TV zu entwickeln. Ich würde das allen Entwicklern empfehlen, die entweder schon eine bestehende Big Screen App haben und sich Anpassungen auch fürs Layout ersparen wollen. Genauso würde ich es Leuten empfehlen, die bei Android, Java nicht ganz so sicher sind und ihre Expertise in JavaScript und HTML haben.